Musik Ungeheuer guten Tag wünsche euch Leute, heute wird es eine Entscheidung geben, denn ein anderes Team und wir haben uns zum Kampf verabredet und es ist ein Team, was auch ziemlich gut ausgerüstet ist Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf den Server, in 3, 2, 1, jetzt Und es handelt sich hierbei um Crafting Spark Da ist ein Apfel gedroppt, da ist ein Apfel gedroppt, guck, da wurde ich den Creeper explodieren lassen, siehst du den? Ach da, ja Guck, da wurde ich den Creeper explodieren lassen, ah da oben ist es Bist auch ein Apfel Ja, sehr gut Hallo So Ja, also der einzige Nachteil, den ich wirklich sehe, ist, dass wir keine Goldäpfel haben Ne, auch das Equip, ich habe viel zu schlechtes Equip Ja gut, aber das ist nicht der größte Nachteil Den Goldäpfel sehe ich wirklich das riesen Nachteil Sind da jetzt gerade 2, ja ich habe 2, ja ich habe auch 2 Geil, komm mach Geil, warte hier, ich gebe dir die Hälfte Gold ab, komm her Junge, Crafting Table Oh Crafting Table, schnell Töte mal den Dingens nehmen, bitte Nein, komm mal durch da drum Ich werde, Alter ich sterbe hier gleich noch Alter Mano man, schnell mal kurz Mano Ich werde schon wieder angegriffen von irgendwas Ja von dem Skelett man Ja, kann ich ja nichts mehr, wenn die 100 Leute rumlaufen Okay, ich habe es gecrafted, ich habe 3 Stück Ja, kannst du, hast noch ein paar Goldnuggets über? Hier, crafte noch ein paar Ich kann nur noch, äh, ein Craft Ja, hier hast noch ein Goldblöcke Da ist noch ein Apfel, da ist noch ein Apfel, da ist noch ein Apfel Das hat sich richtig gelohnt, dass wir die Apfel, äh, siehste Ich habe gesagt, ich habe gesagt, okay Noch ein Apfel, ich habe noch ein Apfel Mach so viele Nuggets, du kannst Ich habe noch ein Apfel Wie so Nuggets? Ich mache das doch mit Goldblöcken Ah ja, mit, mit Gold, äh, Barren meinst du? Hier noch zwei Äpfel, noch zwei Äpfel Blöcken, haha, als wenn wir so viele hätten Okay, wo treffen Okay Sind gleich da So, wie viele Äpfel hast du? Ich habe gar keine, du hast alle Achso Ja, dann nimm 4, ich habe 3 Okay Ja, Alter Jetzt geht's los Bist du bereit? Jetzt geht's los Trank der Heilung Ja, so ziemlich Wird Also, ich werde erstmal probieren, die mit einem Trank abzuwerfen Wird verdammt hart, ey Wir haben auch wenig, äh, Essen außer die Goldblöcke Nein, mein Hotkey geht nicht Beide Hotkeys gehen nicht Moment Alter, wie dumm ist das? Bünder, geh Okay, zumindest ein Hotkey Ja, okay Boah, das, das hätte fatal enden können Okay, bist du bereit? Ja, wo lang? Hier, zum Spawn, komm Halt, haben wir viele Äpfel bekommen, ne? Ich habe dir gesagt, lass die Bäume abfällen und die Axt machen und so Okay Ach, du bist vor mir Oh, hast du noch ein bisschen mehr Essen für mich? Ja, warte, komm, komm, komm Gebratenes Fleisch und so Ich habe mich so gut wie echt, ich habe gar nichts mehr Ja, perfekt Ja gut, okay, auf geht's So, okay Okay Oh, bitte Regen, hör auf Viel Glück Okay Oh, es wird ein Kampf im Regen, wird richtig hart Ja, ja Okay Oh man, bin ich nervös Okay, nicht nervös, ganz entspannt, ganz entspannt, weil im Endeffekt, wenn wir nervös sind, machen wir nur Fehler Ja Die sind hier irgendwo Ich habe ne ruhig aus Genau Ja, wir sollten auch nicht so, so Ja Regen hat genau aufgehört Danke Sei schon fast nach einem Serverbefehl aus, Alter Ne, war aber nicht Ne, naja, Regen beendet sich immer so abrupt irgendwie Komische Minikraft Wo seid ihr? Hä, ich sehe die nicht Ich auch nicht Die können aber auch gut unter uns sein, ne Spawn Spawn Lauf nicht in die Falle Ne, ne Es kann sein, dass die irgendwo drin warten Zum Beispiel hier unter uns, Alter, da ist was Da ist ne, ne Mini-Höhle, komm weg da Ne, lass einfach hier mal Okay Mach dich bereit, Manu, mach dich bereit Ja, unser Ziel ist klar Ja Aber wir werden es noch kommunizieren, wenn es sich ändert Da sind sie, okay GG Okay, auf geht's Wo? Ich sehe sie nicht Da vorne, hinter der Portal Achso Da vorne, da sind sie Ach da Oh, ich habe dich getroffen Anscheinend, ja Vorsicht Wer ist denn wer? Ah, okay Du gehst auf den falschen Ja, ja, ich weiß Aber der ist gerade offen Das ist einfach nicht zu treffen Wir sollten uns ne Wand oder so basteln Ja, lass uns hier Wie oft wurdest du getroffen? Genau, machen Nimm Goldapfel Ne, ne, jetzt noch nicht Einmal, habe ich schon Okay Okay Aber wir haben echt genug Wir werden die eh nicht verbrauchen, glaube ich nicht Okay Vorsicht, Vorsicht Na, mir geht's gut Ich habe sogar nur die beiden Bonus-Herzen Was denn, habe ich nicht getroffen? Alter Ich teile mich mal ein bisschen auf Alter Ist das dummste, was du machen kannst Nein, nein Dann achten die mehr auf eine Seite Und dann kommen von zwei Seiten Pfeile Dann könnte ich so gut ausweichen Ja, fand ich Treff Aber wir sind auch echt weit weg Ah, okay, habe einen Okay, guck mal Sie bewegen sich Hab einen nochmal Sehr gut Das war viel zu hoch Die Stärke 5 Bögen, die bring's Ja, aber die haben auch Stärke 5 Nochmal Ich will, dass ihr immer klatscht Leute, wenn ihr es schafft Und ich wurde gut getroffen Ja, dann ess noch einen Goldaffel Und trink einen Trank oder so Alter, geh nicht so nah, bitte Doch Gerade das ist wichtig Alter Was ist das für ein Kampf, ey Ich habe einen richtig gut getroffen Richtig gut getroffen Ja, welchen denn? Links oder rechts? Den linken, die linken Craftingpferde Oh, den rechten habe ich richtig Drei Mal hintereinander mit vollem Bogen Der ist fast tot Ja, jetzt drauf Jetzt drauf, jetzt drauf Jetzt drauf, jetzt drauf Okay Malu, du kriegst richtig Schläge Ja, ja Ich habe richtig bekommen Du bist auch genau wie mein Meine Äpfel haben sich weggebackt Nein Was denn? Meine Äpfel haben sich gerade weggebackt Hä, hast du gar keine mehr oder was? Nee, einfach weg Ich dropp dir gleich welche Ich dropp dir gleich welche Komm her Komm hinten ein bisschen zurück Ey, den einen habe ich gerade viermal hintereinander getroffen Komm bis zurück Hier liegt ein Apfel hinter mir Okay, danke Ja, ich habe auch einen richtig gut getroffen Sie kommen, sie kommen Einer kommt von hinten Ja, ja Der kommt Wo? Lass uns Oh Gott, Alter Auf Spark Schieß auf Spark Der ist links Ja, ich stremm auch richtig gut Er rennt sogar Komm auf, ich werde mal angreifen Ey, sie greift mich an Nein, ich habe dich getroffen Shit, 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 shit Sie haben mich einmal getroffen Drauf, 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 drauf Drauf jetzt Spark, ich habe Spark Nein, ich habe dich glaube ich einmal getroffen Ich habe Spark, ich bin bei Spark Nein, ich bin ins Wasser gefallen Weg, weg, weg Weg, weg Ich komme Ich komme Heil dich, heil dich Heil dich Ich bin fast tot Ich bin fast tot Fuck, er hat mich gut getroffen Er hat mich gut getroffen Aber mir geht es noch relativ gut Auf Spark, auf Spark Ich habe keine Golde für mehr Ich habe keine Golde für mehr Ich bin fast tot Der hat auch noch den Portscharm bekommen Den geht es nicht gut Den geht es nicht gut Den geht es glaube ich echt nicht gut Den geht es glaube ich echt nicht gut Ich habe keine Golde für mehr Ich habe den richtig gut getroffen Ja, sauber Der hintere Der hintere ist fast tot Ja Nur noch einmal oder so treffen bestimmt Ich habe den viermal wieder Glaub ich noch einmal Der hintere ist Auf den hinteren Ja Ja Er brennt Der vorne brennt Er brennt Die müssen drauf, komm Die müssen echt einfach nur drauf Ja Die sind beide halb tot Außer sie haben wieder was getrunken Komm Alter Ja die fliehen Alter Was ist das denn geiler Kampf Also echt cool eigentlich ne Ja echt cool Nicht so ein ekelhaft Schneller Ich habe keine Pfeile mehr Ja komm wir müssen jetzt rauf Wir müssen jetzt rauf Ja okay Dann lass Nicht in meine Pfeilrichtung raufen Versuch sich ein bisschen seite zu seiten Vorsicht dessen Lava Geh zurück, geh zurück Ich muss essen Ich auch Oh Gott alter Ich habe echt einfach keine Pfeile mehr Oh sie kommen Einer kommt von hinten Hab ich gelöscht Hab ich gelöscht Alles okay Hab Crafting Spark richtig gut erwischt Hier auf Crafting Spark Oh Crafting Spark heißt das ganze Team Crafting Spark ja Crafting Pads Crafting Spark alter Verwächst nicht einfach den Namen Bist du bei mir? Bist du bei mir? Ja ich bin bei dir Ich habe kein Essen mehr Dann nimm das Nimm das Nimm das Und noch ein Fleisch Oh Gott ich werd getroffen Ist okay Ist okay Okay drauf So Ich könnte auch Weakness Trank mal langsam drauf ballern Hab auch keine Pfeile mehr Komm Weakness Trank Oh wir sind voll getrennt Oh wir sind voll getrennt Warte geh ein bisschen weg Ich werf Ich werf Ich hab schon geworfen Ich glaube ich hab sie getroffen Mir gehts grad gar nicht gut Mir gehts grad gar nicht gut Ein bisschen Abstand Er portet sich Er portet sich Er portet sich zu dir Hinter dir Dreh dich um Ja jetzt drauf Jetzt drauf Jetzt drauf Jetzt drauf Nein Löch dich Löch dich Habe ich Habe ich Er dreht sich um Spark dreht sich um Ich esse mir jetzt ganz viele Melonen Er ist bei mir Versuch nicht in den Kampf zu kommen Versuch nicht in den Kampf zu kommen Ich esse ganz viele Melonen Wo bist du denn? Ich bin ein bisschen weiter weg So ich komm wieder näher ran Dass mich siehst Da ist Crafting Putt Scheiße Ich geh auf Spark Der mich anscheinend nicht mal kommen sieht Doch er sieht mich kommen Aber irgendwie macht er nix Alter du hast ihn gut getroffen Du hast ihn gut getroffen Ja dreimal Nein Ich blick grad ob ich jetzt Oh oder Fasse Geiße ja geil Jetzt sind sie wieder zusammen Oh nein Das war so eine gute Chance Aber Ich krieg zu viele Pfeile ab Das Problem ist Ich hab nicht so viel Leben Lass ein bisschen auf Abschluss gehen Ja geh einfach dahinter Geh einfach dahinter Alter was ein geiler Kampf Ja ja Heißt ich hab auch nichts mehr zu haben Wir müssen gehen Wir müssen fliehen Bisschen weg Ich hab kein Essen mehr Ich werd gleich nicht mehr regen Und dann sind wir tot Scheiße das ist echt gar kein Essen mehr Doch ein Steak Ja ist es dir Aber ich hab keine Pfeile Kannst du mir Pfeile geben Ich hab auch keine Pfeile mehr Brauchst nen Trank Hier kommen sie kommen sie kommen sie kommen Brauchst du nen Trank? Hab sie nochmal getroffen Vorsicht Vorsicht Die haben so viel Pfeile das ist unglaublich Hast du keine mehr Gar keine mehr Nein Ich hab richtig abbekommen Oh shit Oh shit ich brenne Renn Renn Nein Simon Oh Gott Ich bin blöd Ich bin blöd hängen geblieben Nein ich bin sterben Alter ist das ne Nervöser Scheiß hier Oh Okay Wow scheiß ich muss was essen Ich hab noch zwei Herzen Ja wir müssen weg gehen Wir müssen weg gehen Nehmen einen Heiltrank Ich hab keine Heiltrank Ich spinne Nein Lauf 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 einfach sie sind direkt hinter dir Ja Ja Renn Renn Bist du der nächste hinter mir Bist du der nächste hinter mir Ja bin ich bin ich Ja gut Alter Tropfen ich deinen Heiltrank Tropfen ich deinen Heiltrank Ja bringt ja nix hin Direkt hinter uns Habe ich habe ich Die sind nicht mehr hinter uns Drauf da drauf da jetzt Ernsthaft ich habe nichts mehr zu essen Ich kann gleich nicht mehr rennen Ich habe auch keine Melonen oder so wie du Und meine Goldäpfle haben sich weggebackt Vorsicht Nehmen wir gehen jetzt drauf oder ich kann nicht mehr rennen Ich kann jetzt gar nicht mehr rennen Okay dann das ist nicht gut Dann bin ich tot Gib mir jemand zu essen gib mir Melonen Hab leider gar nichts mehr zu essen Oh Gott auch keine Melonen Nur hören vom Zombie Keiner der für die Heiltrank Nein Ein gebratenes Schwein vielleicht hier Habe ich gesehen habe ich bekommen Ok Der war selber nichts zu essen jetzt ne Wir müssen fliehen Wir müssen fliehen Tut mir leid aber Ohne Essen macht ein Kampf einfach keinen Sinn Du bist jetzt einfach nur noch wegrennen Ja ich brenne Kann sich löschen Ich habe kein Wasser mehr Ja komm 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 Du mir hinter dir Hinter dir Läsch mich Wie du von mir wegrennst ey Ja ist doch scheiße Lass es sich abhauen Ja aber ohne Nahrung Macht es einfach keinen Sinn Nein ich kann gleich nicht mehr rennen Das wird ja wohl jeder verstehen Dass sie nicht kämpfen will wenn ich kein Essen habe Ne Ich habe Heiltränke Soll ich dir noch einen Gib dir noch einen Ach die sind da Die wollen uns umzingeln Vielleicht geht es denen auch nicht so gut Doch die haben genug Essen Die haben aber so viele Pfeile das ist richtig krass Ich hätte gedacht wir hatten schon so viele Pfeile Wir haben ja irgendwann aufgehört Pfeile zu machen Weil wir dachten ok zwei Stacks mehr brauchen wir nicht Aber die haben was Ich hatte einen Stack nur Ich hatte sogar zwei Stacks ne Oh die sind weg Die sind umzingeln von Monstern Lass uns drauf Lass uns drauf Ok ok Ich komme Ich habe leider Vorsicht das ist eine Hexe Ich habe leider nichts mehr zum löschen Ich muss mir gleich Wasser holen Warte mal kurz Ist irgendwo Wasser? Da ist Wasser warte Da war gerade Wasser direkt neben uns Ich habe wieder Wasser Ok Boah das ist Lager Hab Spark getroffen Komme Ok bin da Sollen wir einfach drauf Nein Geht eigentlich nichts Ich habe kein Essen aber Jaja komm Nein Die hat mich mit Weakness getroffen Die Hexe? Ja Dann gehts zurück Ja jetzt muss ich auf jeden Fall wegrennen Also es ist irgendein Effekt Und es sieht sehr stark nach Weakness aus Ja wenn dein Herzen schwarz sind Wenn dein Herzen schwarz sind Das ist Weakness Ne Ne Was soll das sonst sein? Äh Geht Langsamkeit Ich kann nicht mehr rennen Und ich habe jetzt gar nichts mehr zu essen Ich muss sagen Ich habe auch nichts mehr zu essen Also ich habe nichts mehr zu essen Also mit Essen meinte ich gerade die Ich werde getroffen Achso das ist ein Skelett Wo bist du? Wo bist du? Ich bin bei dir Ich bin voll weit weg Ich habe nur ein Herz Ein Pfeil und ich bin tot Ein Pfeil und ich bin tot Ja ich bin Alter nein Ja ich bin zur Mitte gelaufen Ich kann nicht mehr rennen Ich kann nicht mehr rennen Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Okay, ich renn weg. Okay, ich bin tot. Oh nein, nein. Das Problem ist, ich hatte die ganze Zeit kein Essen mehr, wollte in die Mitte gehen, Essen holen. Und, ähm, ja. Ich muss leider weg. Aber guck mal, wenn wir jetzt einfach, wenn wir jetzt weggelaufen wären, dann wäre die Folge, ähm, dann wäre die Folge, warte ich, ja, dann wäre die Folge vorbeigegangen, weil wir hatten jetzt gleich die Folge zu Ende. Und dann wären wir für einen Kampf und dann wären wir weg raus, ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach keinen Bock mehr jetzt wegzurennen. Also, ich wollte den Kampf zu Ende bringen. Aber wir hatten, aber wir haben jetzt gemerkt, okay, wir hatten zu wenig Essen und zu wenig Pfeile. Ja. Aber war trotzdem wieder Kampf. Aber ich hätte nicht mehr gedacht, dass das Essen wirklich ein Problem wird. Ja, aber das Essen war ja seit der ganze Zeit unser Problem. Eigentlich war es richtig dumm, dass wir nur irgendwie vier Fleisch hatten und damit in den Kampf reingegangen sind. Ja. Das war eigentlich total dumm. Also, wir haben eigentlich hauptsächlich wegen Essen verloren, weil wir am Ende nicht mehr essen konnten. Ja, und vor allem die, die müssen eigentlich fast tot gewesen sein. Ja, ja. Ich habe einen einfach vier, fünf Mal hintereinander getroffen und du dann auch noch. An vielen Stellen waren die vom Tod. War ein richtig guter Kampf, auf jeden Fall. Also, GG an Crafting Spark. Bitte tut mir eingefallen, hattet da nicht rum, das fände ich super asozial. Also, schreibt denen auch auf jeden Fall einen GG von mir. War auf jeden Fall ein guter Kampf. Manu, bist schon ausgedrückt? Und, ja klar. Und ich sage noch so, geh auf Crafting Spark. Ja, ja. Geh auf das gegnerische Team. Aber, ja, wir haben gut gekämpft, beide Parteien haben gut gekämpft. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein oder andere Mal waren die so gut wie kurz vorm Tod, hätten wir einfach nur zuschlagen müssen. Wir waren ein bisschen zögerlich. Ja, und ich habe dich auch ein oder zweimal getroffen, glaube ich. Also, ich bin zufrieden mit dem Endkampf. War ein schöner Endkampf. Und schaut auf jeden Fall über Manu weiter, der ist jetzt alleine. Alter, ey, oh Mann. Ja, egal. Es gibt ja noch Gomme und Crafting Spark halt und ganz okay. Also, ganz, ich kann mir eigentlich noch Gomme holen. Vielleicht schaffst du es noch. Vielleicht ein Kampf gegen Gomme. Es wird auch spannend. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich verabschiede mich dann aus dem Projekt. War auf jeden Fall megacool, Waro hat mir sehr viel Spaß gemacht und, ja. Das war sozusagen auch das letzte Video hier auf Ungespielt fürs Erste, denn momentan möchte ich den Kanal nicht weiter betreiben. Ihr kennt ja die Gründe. Und alle weiteren Let's Plays und Real Life Videos gibt es jetzt auf dem Kanal Unge und da. Ist jetzt erstmal das letzte Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Das Projekt war einfach mega. Schaut unbedingt bei Manu weiter und ciao, ciao, ciao. Tschüss. Du kannst dich nicht verstecken. Irgendwann musst du ans Tageslicht. Gehst nach oben, schaust dich um, verlässt dich auf deinen starren Blick. Du wirst wahnhaft. Was war das? Schritte ganz nah. Und das Letzte, das du spürst, ist ein Stich und das war's. Sehen oder gesehen werden. Deine Gegner müssen für dein Leben sterben. Und wenn sie dann zu zweit stehen und kämpfen, haben sie keine Zeit zu verschwenden. Sie müssen immer weiter, denn hier will keiner scheitern. Sei jederzeit bereit, der Tod ist dein Begeister. Und wenn sie dann zu zweit stehen und kämpfen, haben sie keine Zeit zu verschwenden. Alles für das Team, alles für den Kronen. Standhaft bleiben bis zum Tod. Und wenn sie dann zu zweit stehen und kämpfen, haben sie keine Zeit zu verschwenden. Und wenn sie dann zu zweit stehen, dann drogen Frankly have betosthвед. Und wenn sie nur das, dann werden sie femme sehen. Und wenn sie die Zander. Untertitelung des ZDF, 2020